Lord Oysteen Die Aufnahmszeit ist in einer Minute vorbei Hey und herzlich willkommen zur 8. Folge von Minecraft Revenge 3 Jetzt haben wir uns endlich zusammengefunden und hoffentlich wird es etwas protektiver Bist du ready? Bin ready ja 3, 2, 1 und auf Enchanten, Enchanten Enchanten, Enchanten, Enchanten Eisenswort Schärfe, Schärfe, Schärfe Rüstung auf Protekt 1 Schärfe Hast du noch Holz Alex? Ähm ja, 18 Stück Für Sticks? Ich geb dir hier mal Hilfe Ich hab noch 3 Sticks Ok ich kann die Sticks ergeben Sticks hatte ich noch Ok ich mach mal bei mir die ganze Iron of Ants Jo Jo Blast Protection ist scheiße Ja Ja Nur Protection Better Falling ist auch scheiße Protection Und Armbreaking Was? Mein Labis fliegt wieder Dann macht ein Iron Schwirt, Kraft Iron Schwirt Ok ist der Spawns gut Ja Ja ich sehs Der ist aber definitiv in der Mitte Der ist nicht hier oben, wo wir rum eiern Ok ja Wir sind ja wirklich am Arsch der Welt Ich hab nur noch 10 Level Gibt's auf der Zeit noch 16? Der ist auf Schärfe 1 Ja für 2 nur aufs Schwert Smile? Machen Ja Jetzt geht vielleicht der Schärfe 1 Jetzt da ist 2 Schärfe 1 In der Mitte Hast du noch das Buch für Bot 2? Ja Wodl Warte hier hinter dir Dwarf Toll So ist's Ja 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 Genau So 10 Level zur Zeit noch Was ist das bessere Stürf? 3 Level nur noch Fuck Ich hab nichts mehr drauf Das war Ich hab auch keine Level mehr Wir müssen als sonst nicht Ich hab noch ein Schutz 1 Buch Mehr nicht Mehr nicht Hm Ihr könnt irgendwas mit Schärfe nicht Hm Ich hab die Schärfe nicht So ich Schärfe nicht 2 machen Das Ding ist halt Ich brauche Level gell? Ich weiß nicht kann ich meine ganzen Schwerter nicht zusammenhauen So jetzt Ich brauche Level Alex Und über Schärfe ist 3 Schwert schon Ich nicht Und über Schärfe ist 1 Schwert übrig brauchst du dann? Nö Ich brauche nur Level Ich hab A Level erst Ich hab gar kein Level mehr Ich brauch mal A Dann geh jetzt in die Mitte Weil wir müssen in die Mitte In die Mitte Ah ups In die Mitte Ah Ah der machte mal Ein bisschen besser Wie geht's durch? Wie geht's durch? Wie passt das? Kann man oder? Willst du essen? Ich hab 2 Ja ich hab ganz gut Soll ich was gehen? Ja bitte Da hast 16 Stück Aber jetzt hab ich Ja alles vorhin Jetzt hast du Jetzt hab ich Ne ich hab's fast Ich hab noch Broad 1 Buch Nein Wolang müssen wir Äh 1233 In die Richtung Okay Upsi Schöner Schäfer Alex bist du hinter mir? Ja Die sind eh in der Mitte Die wollen uns eh abfangen Eben die Dich Okay ja Ja Da hast du ein Schäfer ausmachen im Regenproblem Ich weiß nicht Ich hab's 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 nicht Ja ich will's halt jetzt mehr sehen Ja Schnell die Dich Nein nein Mach rein noch Alex Du bist hinter mir? Ja Wie viele Leute sind drauf? Hier oder? Und der Wallcalk Der Wolf noch und noch ein anderer Okay einer Gut Da vorne ist das äh müsste dann links sein Was denn? Ähm Vorne Ha Zwischendurch Ja Ha Elec N Hm N A Kuh A Kuh Ködelmühl Woll Footer Dann glaub ich. Kann ich kein Leder kriegen Oder er hat es eigentlich Geschwalen Dick 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 Jetzt hat sich das ganze Zuckerrohr verklebt. Ja, ich habe eigentlich nur vier Essen. Ja, ja. Die Richtung muss... ne, doch. Ne. Hä? Lauf nicht. Ja. Welche Richtung nennen? Jetzt gucke ich ja auch gerade in die da ab hier. Ja, ja. Warum, Alter? Alex? Ja? Du bist da drüben. Wo denn? Liegst du gerade? Nein. Wo bist du? Ich bin oben. Du? Wo oben? Alex, warte mal, bleib stehen, bleib stehen, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ja, genau, die Richtung müssen wir. Ja. Okay, ja. Mach Scheid auf die Tür. Ja. Alex, guck jetzt nicht nach Kühe, sonst suchen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Jo. Wo bist du jetzt schon wieder? Irgendwo im Birkenwald, wo du auskremst. Ja, was denn? Ja, ey, jetzt suchen wir uns wieder. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Im Birkenwald, bei so einem Schwein? Bei einem Schwein, ich bin am See. Ey, du bist am See? Ja, genau, das meine ich. Was machen wir denn? Oh, Mann. Rennen wir doch einfach hinterher. Ja, mach ich. Wir sind bei 1222 und minus 424. Wann ist? Wie weißt du? Erst bei 1220, du bist bei 1100. Ja, ich komme hin, warte. Also, mit viel weiter? Du bist falsch gelaufen, Alex, hast dir bewusst, ja? Ja, minus 1200. Ja, und was ist die zweite Zahl? Bis nach 1100. Komm einfach zum Spawn. Ja, wer weiß nicht, ja? Spawn-Koordinaten sind minus 1233 und minus 180. Du gehst grad die andere Charakter vor. Komm einfach zum Spawn. So? Ja, so ist besser. Einmal direkt in die Gegenrichtung. Alter, unsere Artierung. Ja. Weil Alex kommt jemand aus den Schweinen und dann rennt er den Schweinen hinterher, statt mir hinterher zu rennen. Ja, gut. Wir haben doch genug Essen. Ja, du hast mir ganzes Essen. Ja, ich werde dir was gegeben, wenn du da bist. Ja, okay. 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 Jetzt ist das schwer. Das ist gut. Aber ich habe noch Platz für diese Kante. Ich habe zwar den Eder gekriegt. Brauchen wir doch aber nicht. Ja. Warte ich noch nicht richtig? Ich glaube schon, ne? Ja. Was war die dritte Koordinate? Minus 180. Okay. Upsi. Jetzt ist es ein Enter. Ja, du hast dich jetzt rausgekommen. Tschick, tschick. Wir kommen niemals dort an. Ja, wir waren ziemlich weit weg. Ja. Hey, ich bin am spawnen, ich siegen. Echt? Ja. Auch gleich. Wo bist du hin? Steve? Ja, ja, ich bin gleich da. Boah, ich kann vor Ort hier. Sollen die nicht identifizieren? Ne, warte lieber auf mich. Dass da drin jemand der Typ ist. Ja, Alter, wo lauf ich hin? Hey, wo bist du? Ja, das frei ich mich gerade auf. In dem Wald müsst ihr dann... Essen! Ich müsste doch aber einen spawnen eigentlich sehen. Ich bin bei minus 180 und minus 1100. Ich bin bei minus 1250 und minus 200. Esel? Hinde? Also der war ja schon durchgeschrieben. Ähm, darf man Kisten von anderen mitnehmen? Nein. Ja, ich seh ihn spawnen da drüben, ja. Pass. Bist du beim spawnen in der Mitte? Ja, bin du so. Kannst du das da? Das wer unser MoMo hingemacht. Siehst du mich? Ne. Wie ne? Ne. Alex. Ja. Ich bin hier, ey. Wo denn? Ja, hier. Beim Netaportal. Ja, hier. Also da bist du. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Wow. Was liegt denn da? Was liegt denn da alles? Nur Scheiße. Oh crap. Ich glaube irgendwas zum abbauen. Nein, Bicke. Waterpocket. Kommst du mit Alex? Ja. Boah, witzige Sachen. Ich seh ihn. Hier gibt's echt. Alter, wo bist du schon wieder hin? Ich bin doch immer da. Ja, dann komm mit. Hey, cool. Alter, ich kann nicht noch mal. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So viel Zeit haben wir ja nicht. Ja, okay, stimmt. Jetzt geht's ja entstanden. Ja, ich kann jetzt ein bisschen entstanden wegen neuen Items. Bist du nach links gegangen, oder? Ja, siehst du mich nicht mehr? Doch, hier. Jetzt läufst du rechts. Rechts. Ja, ich kann jetzt ein bisschen entstanden wegen neuen Items. Das kann ich auch weg haben. Kräuter? Ich hab schon so viele Leute, ey. Du weißt gar nicht, hier gibt's eigentlich nichts mehr. Magst du mir mal Essen geben? Ja. Ja. Okay. Hä? Ich hab's, oder? Doch. Ah, doch hab ich. Dort. Wie geht's ihm das lang? Wo er immer noch an läuft, das ist ja Wahnsinn. Da unten ist er. Ja, hier können wir farmen ein Level. Ah, Quartz müssen wir dann wieder nehmen. Klar ist er, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das Farben ist. Quatsch, quatsch, quatsch. Hier haben wir noch. Kannst du mal den Amboss aufstellen, bitte? Oder hab ich den? Ich glaub du bist innen. Innen hab ich den. Okay. Hm? Wie viel Level brauch ich? 5, okay. Ja, und was willst du denn dann? Nimmst du ihn mit? Ja, warte. Ich glaub ich kann irgendwas... Die zwei Helme, glaub ich. Ja, aber der eine hat Proaktiven. Ah, das geht nicht. Achso, dann kann ich nicht wegfahren. Ja. Du kannst die Schuhe... Achso, du hast es schon abgebaut. Guck, komm. Wir müssen halt nur wissen, wo wir dann zurücklaufen, gell? Mhm. Nicht, dass wir das in Netta Portal nicht mehr finden. Lord Austin. Die Aufnahmezeit ist in einer Minute vorbei. Lord. Das baut so schnell ab. Das baut so schnell ab. Bist du da recht? Oh ja, ich seh dich schon. Okay, dann wäre der andere 50 Packung nicht mehr. Gut, Alex, stellst du mal Amboss auf, bitte? Ja. Mhm. Was ist denn ein Chanting Table? Warte, mach das da, oder? Genau. Machen wir mal ein Chanting Table, bitte. Okay. Die Schuhe. Ich bin ein Chanting Table. Okay. Ich schau' nicht. Die Schuhe. 30 Sekunden, ja? Nein. Geh mal gut. Nein. Bleib unten, ich baue hier oben nur noch schnell ab. Aber ich baue noch länger. Für den Bau. Ein Schuhe. Nein. Nein. Okay. Danke fürs Zuschauen, falls dir die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.